Ist es nicht? Oh nein, es bekommt Haare. Verdammt. Es ist weder Wichtel noch Goblin. Weil da hat noch solche Ohren und solche Haare. Äh. Wait, what? Achso, das ist ein Knutschmund. Ja, ist das jetzt Keltas oder? Hm. Es ist vermutlich gar kein... Naja, spezifischer Keltas. Ja, also den Mund fühle ich aber anders. Den fühle ich anders. Wir hatten noch das coole Zeitwanderungsevent zum Geburtstag von WoW mit den verschiedenen Raids, die du doch auch in der Community gemacht hast. Stimmt, ja. Mit Mountrop und so. Die guten Zeiten waren das. Das war wirklich cool. Das hat auch Spaß gemacht. Außer mit Random-Gruppen wieder, ne. Ich sag nur Lichtking und Entweinen. Tanzen bei Haigarn. Und Raggi und die Meteore. Ach, du Scheiß. Aber in der Community war richtig geil. Ja. Das hat gefetzt. Ey, Blutelf mit den Blutstropfen. So eine Scheiße. Sehr geil. Okay. Wer ist dran? Shadow ist dran. Oh, das ist eine sehr schöne Strichführung. Glaube, wir haben es hier mit einem Weltklasse-Artist zu tun. Auch Ehre, ne. Vier Buchstaben. Pride schreibt erstmal Weltenbaum. Was für eine Legende. Was könnte das sein? Das könnte Kratos sein im ersten God of War, wie er den Baum im Intro fällt. Ne. Ein blaues Haus daneben? Vier Buchstaben. Baum mit Hütte. Ah, Lull. Yo. Yo, yo, yo. Ich glaub, da haben wir uns letztes Mal noch über die Schreibweise gestritten, ne. Aber Donovan hat's auch richtig. Ja. Weiß ich nicht, wo ich da die Gebietsnamen herkopiert hab. Aber jetzt war klar, ne. Mit dem Wasser dazu, genau. Hiyal, 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 Alter. Da sind wir bei Zelda-Fasschen, ne. Was war das immer? Hyrule Warrior oder so. Okay. Wir haben, wir haben Zwieback mit zwei Wörtern. Einmal drei, einmal sieben Buchstaben. Was bin ich sehend? Äh. Oh, warte mal. Deswegen zwei? Ne, nicht der Malstrom. Oder haben wir es beide falsch geschrieben? Ne, ist nicht mal nah dran. Was dann? Das soll nicht... Oh mein... Wait. Okay. Ja, wir haben tatsächlich mittlerweile mehrere Sachen, die so aussehen. Ey, nicht schlecht, aber... Nicht schlecht gemacht. Feier ich. Wirklich cool. Vor allem sind die Details sehr entscheidend. Also auf die Details kommt man auch tatsächlich erst, wenn man ein bisschen gequestet hat, ne. Sonst sieht das vielleicht noch ein Stück weit anders aus, was das betrifft. Ja, ja. Ja, ja. Das ist eindeutig, Leute. Das sollen nämlich die Seelen sein. Und das Rote, das kommt aus Revendress. Ja, das ist der Schlund. Das ist der Schlund von Oribos aus. Hör mal. Ganz genau so eins zu eins die Skybox. Ha, ha, ha. Wunderbar. Donnerin ist dran. Hat ein Wort mit sieben Buchstaben. Aber Malsturm war so der erste Trigger natürlich sofort, ne. Sofort, sofort. Okay, wir haben, wir haben so einen Dude, der sich in die Hand gepinkelt hat. Und das zeigt er jetzt voller Stolz einem Kumpel. Das könnte einfach eine Tätigkeit sein. Ist es nicht. Es ist keine Heilung. Also nicht das Wort Heilung. Okay, mit diesem... Es könnte auch Geld sein, ne, was er wirft. Mit dieser Geldheilung geht er jetzt zu einem Kollegen, der irgendein Poster mit Sonic, mit so einer Art blauen Igel hat. Und... da drunter haben wir 5M. Es ist irgendwas mit Handeln, oder? Sie tauschen irgendwas. Oder ist es Minuten statt Millionen? Dann ist es ein Buff möglicherweise. Oder ein Debuff. Aber wie passt das mit den Wörtern oben? Äh, mit den Buchstaben meine ich. Was ist es? Es ist bestimmt ein gezielter Buff. Arcane Brillanz oder so? Classic. Oh, es ist ein Paladin. Wow, das war über drei Ecken gedacht. Es ist ein Paladin, der Buff, deswegen Classic. Oh, okay. Okay. Okay, ja, ist tricky aber. Also, das war schon wirklich tricky. So, das ist jetzt auch eine Wortansicht, die bestimmt ganz spannend da oben aussieht. So, pass mal auf. Machen wir so. So, zack. Wunderbar. So ähnlich sieht das doch aus, oder? Wenn man da ankommt. So, guck mal. Das ist dieser herrliche, bunte Bogen. So. Genau, guck mal. Und hier sind noch so irgendwelche lustigen Runen. Sieht aus wie Nudeln, ne? Und hier sind dann so Nudeln. Und da hinten, da hinten flitzt dann dieser Gnom rum. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Der Gnom ohne Arme, der umarmt dich dann beim Reinkommen. Der Dunkelmond, ja, Marc. Das war fast ein bisschen zu einfach. Nudelsauron, weil so viele Begrifflichkeiten haben wir in WoW fast gar nicht, ne? Mit Bindestrich und allem drum und dran. Sauron und seine Nudeln. Ja, so hätte Mittelerde ausgesehen, wenn Frodo nicht eingegriffen hätte. Okay. Wir haben. Wir haben. Pride. Oh, das sieht ja süß aus. Was ist das? Das muss eigentlich... Ne, das ist zu lang. Das kann kein Tortolaner sein. Das ist aber niedlich. Oh nein, er blutet. Was passiert da? Was? Ist das jetzt ein Weihnachtspullover oder verblutet er? Ey, ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh. Es ist ein Schild. Okay. Okay. Blaue Augen? Bro, was ist das? Er hat einen Helm auf. Warte. Nein, es ist nicht Sauron. Was könnte es noch sein? Es ist ja auch nicht nur WoW. Warte, ihr kommt drauf? Blaue Augen? Na, Mann. Ne Kro... Oh, mein... Oh. Oh, wow. No way. Oh, mein Gott. Ja. Bolva. Wie er leibt und lebt. Frey Luna mit dem vierten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Holy Hell, Mann. Tortolaner Bolva. I love it. Richtig schön. Wir haben... Es könnte ein beliebtes Tierchen sein. Ja, wollte ich sagen. Weil so zeichne ich die auch immer mit diesem Kopf, der aussieht wie so ein Fäustling. Ja, mit dem Daumen nach oben. Das so im Shadowlands Trailer, wenn er aufsteht, ne? Und den Speck wechselt. Wäre episch gewesen, ja. Episch und anders. Hervorragend. Ja, beim nächsten Mal werde ich gucken. Wir haben ja lange nicht gescribbelt, ne? Kam jetzt ja wieder ein bisschen hoch. Dass ich mir hier wieder so einen Wortblocker auch reinsetze, ne? Das war ja jetzt nicht so schwer. Das werde ich zum nächsten Mal machen. Also höchstwahrscheinlich werde ich es zum nächsten Mal vergessen und dann schnell machen, bevor wir starten. Aber so in dem Dreh. Zwieback, Zwieback ist dran. Das Daumen nach oben, Alpaka, hat seinen Weg gefunden. Und Zwieback hat ein Wort mit zehn Buchstaben und malt erstmal... Ich glaube, es könnte alles sein. Füße, Zebrastreifen. Wirklich? Ist das eine Straße? Nein. Da wächst was raus. Was? Was? Ah, okay. Aber also, excuse me. Wie habt ihr das gerade erkannt? Das sieht aus wie Schuhe von Pinocchio, aus denen irgendeine Blume wächst. Tiefenbahn schreiben sie. Junge, das war ja wohl scripted hier. Und der Suchung läuft, ne? Dass wir uns verstanden haben. Tiefenbahn. Bruder. Ich raste aus. Wir haben als nächstes Donovan wieder. Oh, zwei Wörter. Zwei Wörter. Ja. Es ist... Jemand mit grauen Haaren. Ja, das dürfte ein Charakter sein, den wir kennen mit einer einzelnen blonden Strähne. Aber es dürfte nicht sie selber sein, weil dafür sind die Namen oben oder die Worte zu kurz. Hm. Jaina. Jaina trifft. Oh, ich hoffe, das wird noch ein Bein. Hör mal. Das ist jetzt Goldhain-Gasthaus oder... Hallo. Sag mal. Ja, der kriegt aber gleich ein Eiszapfen auf den Kopf. Ja, sag mal. Das ist ja unglaublich. Hm. Aber was? Was soll das jetzt sein? Oh mein... Leider weiß ich, was das ist. Das werde ich immer einblenden mit so einem Verbot-Symbol darüber. Das ist ja großartig. Ja, jetzt weiß ich auch, warum da immer so gekickt wird. Ja, ja, da werden die Beine ausgefahren hier, Freunde. Das werde ich aber beobachten die nächsten Male. Das werde ich aber beobachten. Was nehme ich denn? Oh, das finde ich süß. Das ist was Süßes. Ja, das ist auch mal aus einer anderen Richtung. Pass auf. So. 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 Ja, ungefähr so. Das ist doch ganz nice eigentlich. Äh. Zack. Und dann hier. So. Bisschen Feuer. So. Schau mal. Und dann haben wir hier so die Beinchen. Und dann haben wir hier so die Ärmchen. Oh, das sieht nicht aus wie Ärmchen. Was? Weibliches Glumander. Ne. Machen wir so. Ich finde das schön. So. Leute. Ich finde, das könnte auch so ein Origines Sprite von den ersten Gens sein. Guck mal. Zack. Na. Also, wenn das jetzt nicht passt, dann weiß ich aber auch nicht. Sieht zufrieden aus, oder? Das ist immer wichtig. Glumander. Ey. Nice one. Das sieht auch schön aus. Nimm Schlund und schreib einfach das Wort Pain. Dann erinnert man sich, ne? Dann werden einige Gedächtniszellen im Körper reaktiviert. Uh, boy. Da wird's gefährlich. So. Es folgt. Es folgt Pride mit einer... Was ist das? Die Tiefenbahn, oder? Nee. Aber das ist ein Play-Button. Aha. Oben ist ein Fenster. Was ist das? Play? Es muss irgendein Fenster sein. Oh, ist es einfach... Ah. Okay. Ja. Spannend. World of the Crafts. Ja, ja. Damit wir nicht gegen Copyright verstoßen hier, wenn wir schon eins zu eins sowas übernehmen. Was ist das denn jetzt? Ist sein Mund unter seinem Kopf? Ah, nee. Es sind die Arme. Okay. Wollte ich schon sagen. Der lächelt so. Es ist außerhalb des Gesichts. Neues verbündetes Volk auch, ne? Langnasentrolle. Ja. Ganz gefährlich. Der Launcher. Na, eins zu eins, Freunde. Den hätten wir erkennen müssen. Also, wer das nicht erkannt hat, der muss mal häufiger WoW neu starten. Ganz ehrlich. Wir haben Shadow. Sechs Buchstaben. Für ein wunderbares Wort. Und der fängt an, ja, es könnte die Tiefenbahn sein, aber um Gottes Willen. Ui, das aber, das wurde da geraucht. Alter. Ja, das ist zehn Minuten, nachdem der Kumpel meinte, die Mische ist nicht so stark, ne? Was ist das jetzt? Wir müssen natürlich dran denken, es ist nicht nur WoW. Es könnte jetzt auch Gartumon of Crack sein. Oh, da ist er unzufrieden. Ja, ja, kenne ich das Problem. Aber Ohren, leuchtende Augen. Ja. Wollte ich sagen. Wenn wir doch im Bereich WoW sind, dann kann es nicht so viel sein. Oh Gott. Es ist aber wirklich fürchterlich. Also, was ist denn mit dieser Hand passiert, Junge? Oder ist das so eine Handpuppe? Könnte auch sein. Aber dafür der andere Arm sieht sehr gekonnt aus, oder? Schaut mal. Schöne Achsel hier. Ui. Nicht schlecht, aber Junge. Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Oh mein Gott. Habt ihr den neuen Cats-Film gesehen, Leute? Ja, er ist auch nicht so zufrieden mit seiner Existenz. Es ist ein Worgen. Ja, liebe Worgen-Spieler. So nehmen euch andere Spieler wahr. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie komme ich bei anderen an? Eins zu eins, was andere Spieler sehen, wenn ein Worgen die Gruppe betritt. Dankeschön für diese herrliche Darstellung. Wir konnten wieder viel dazu lernen. Viel dazu lernen. Zibag mit einem sehr kurzen Wort. Zibag mit einem sehr kurzen Wort. Zibag mit einem sehr kurzen Wort. Er beginnt mit relativ simplen Formen. Es könnte mit ein bisschen Fantasie die Tiefenbahn sein. Aber nein, es ist irgendein kopfloser Dude, der ein sehr langes Bratwürstchen hält. Was ist das? Ein Schwert, eine Gitarre, ein Trank. Ihr wollt mich verarschen. Das kann man unmöglich erkannt haben. Oh, doch kann man. Kann man doch. Scheiße. Ja, das ist nämlich ein Messerchen. Mh, da gab es nämlich schön frische Avocado-Creme. Und der hat sich gerade ein Brötchen geschmiert. Ja, ja. Gift, das ist ein Rogue. Eins zu eins. Vielleicht auch ein Worgen-Rogue, aber da fehlen die Hände. Sei denn, das graue Schwert ist Teil der Hand, könnte auch sein. Wir haben Donovan. Und Donovan hat ein Wort mit fünf Buchstaben und malt erstmal so eine Art Samenkorn. Ja, einen Sonnenblumenkern. Oh, der ist eine Farbe wechselt, so ein bisschen Disco-Kern. Was wird's denn? Hör mal. Disco-Pogo. Es ist höchstwahrscheinlich ein Auge, oder? Oh, wow. Oh, wow. Welcher ist es? Verdammt. Ah, tricky. Tricky. Aber jetzt bei der Form, die hätte ich abwarten sollen. Ja, es ist der gute Zotti. Ja, sicher. Mit dem großen Auge in der Mitte. So. Mh, ich glaube, das ist zu tricky. Das wäre zu einfach. Ja, da sehe ich mich. Okay, passt auf, Leute. Ganz easy. Mh, wir machen erstmal so. Und wir machen erstmal... Erstmal den normalen Körper. So. Das ist ein normaler Körper, Leute. Und gerade... Oh, Mr. Klumpfu ist ja lange, lange in der Mäusefalle festgesteckt. Und dann machen wir hier so ein bisschen, bisschen Bemalung überall. Hier oben auch so eine Art Totenschädelmaske, die jetzt ein bisschen verzerrt aussieht. Aber das ist okay. Da müssen wir noch nicht zum Urologen. So. Und dann so. Mh, was hatte er für Haare? So, glaube ich, oder? So. Ein bisschen wilder. Hat er ja so Hauer an der Seite. Scheiße, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, ey. So, guck mal. Ich finde, das kann man erkennen aber auch, Leute. Ich finde, dass das... Ja, Dankeschön. Ja, wird auch Zeit hier. Guck mal, haben wir hier noch den Stab hier, der in Dazar Alor droppen kann. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Rechen, mit dem man Blätter zusammenfegt im Herbst. Aber das ist tatsächlich dieser Stab aus Dazar Alor. Und da muss man fairerweise sagen, Kind, wer den Bruder jetzt noch nicht erkennt. Guck mal, Shadow hat ihn auch erkannt. Nur falsch geschrieben. Ist ein bisschen tricky. Also, ich fand das schön, Leute.